Danke für Ihr Kommen, willkommen Sie gut nach Hause, willkommen Sie auch hier. Das war eine wunderbare Zeit und der größte, verstärkste Grund meiner Zweifel und meiner Arbeit, den ich immer gehabt habe und den ich immer haben werde, ist die Musik. Die Musik unvergleichlich wichtiger ist für die Seele, für den Menschen, egal in welcher Zeit, ob sie so ersinnig ist wie der Zeit oder eben auch manchmal, Gott sei Dank, einfach nur schön und lebendig, und das ist die Kraft der Musik. Unglaublich, ich hätte mich da, das kann ich, das kann ich in der Kunst nicht, egal von wem, ich könnte mich da eigentlich einkringeln und ich könnte beruhigt wegschlafen, wegstören. Danke. Applaus 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 Untertitelung des ZDF, 2020